Heute schauen wir uns gemeinsam das Update von OpenAI an, das am Montag ausgespielt wurde mit dem neuen Sprachmodell, was zur Verfügung gestellt wird, GPT-4O. Dieses neue Sprachmodell soll jetzt sogar in der kostenlosen Variante von ChatGPT zur Verfügung stehen und das möchte ich gerne herausfinden. Ich habe mich bei ChatGPT mit meinem kostenlosen Account angemeldet und das Erste, was mir gezeigt wird, ist, dass es dieses neue Sprachmodell gibt und das möchte ich jetzt gerne testen. GPT-4O steht das O für Omni und soll ein schnelleres, besseres Sprachmodell sein als das bisherige. Wir schauen uns zunächst mal an. Nach dem Anmelden landen wir ganz normal, wie gewohnt, in der Oberfläche von ChatGPT und jetzt schaue ich erstmal hier oben an dem List-File, welche Versionen mir für die Sprachmodelle zur Verfügung gestellt werden. Ich sehe, das ist das Plus-ChatGPT in der normalen Variante und neu, das ist jetzt auch in dieser kostenlosen Variante, dieser provisorische Chat von OpenAI zur Verfügung gestellt wird. Mit Hilfe des provisorischen oder temporären Chats kann ich dafür sorgen, wenn ich das einschalte, dass die Unterhaltungen in der Historie nicht mehr gespeichert werden und zwar nur bestimmte Unterhaltungen. Bisher konnte ich ja nur entscheiden, entweder alle Unterhaltungen speichern oder keine. Und jetzt kann ich das so einstellen, dass eben der ausgewählte Chat, in dem ich das ausschalte, nicht gespeichert wird, dass mit meinen Daten nicht weiter trainiert wird. Und wenn ich jetzt auf Fortfahren klicke, sieht man den Hinweis, dass ich mich jetzt in einem provisorischen Chat befinde. Was mir jetzt direkt ins Auge springt, ist unten in der Prompt-Leiste dieses Icon, um eine Datei hochzuladen. Und zwar in der kostenlosen Variante. Das war bisher nicht möglich, außer man hatte ein Plus-Account. Ich klicke mal da drauf, wähle einfach mal eine Datei aus. Ich wähle mal die Datei Kundendetails aus, klicke auf Öffnen und dann sieht man schon, wird die in diesem Prompt zur Verfügung gestellt und ich kann eine Frage dazu stellen. Ich werde jetzt einfach ChatGPT die Frage stellen, dass mir die Daten zusammengefasst werden. Indem ich frage, wie viele Kunden sind in der Tabelle enthalten. Ich schicke das ab und dann wird die Datenanalyse, die bisher nur in der Plus-Version zur Verfügung stand, auch in der kostenlosen Version ausgeführt. Man sieht hier, welche Analyse stattgefunden hat. Ich sehe das Ergebnis. Am Ende gibt es hier die Zusammenfassung. Ich weiß das. In der Datei gibt es 50 eindeutige Kundennummer. Das ist schon ziemlich cool. Und das alles in der kostenlosen Variante. Schauen wir uns mal weiter um, was die kostenlose Variante noch so zur Verfügung stellt. Und dann sieht man in der Historie, also in dem linken Bereich, dass es da die Möglichkeit gibt, GPTs zu erkunden. Das war auch bisher nur in der kostenpflichtigen Variante möglich. GPTs sind vortrainierte, eigene, individuelle GPTs, die man benutzen kann, um bessere Antworten auf Fragen zu erhalten. Ich klicke das jetzt einfach mal an und dann sieht das im ersten Schritt genauso aus wie die GPTs in der kostenpflichtigen Variante. Und hier steht drin, dass ich also GPTs entdecken und erstellen kann. Man kann hier in den verschiedenen GPTs suchen, diese benutzen. Und wenn ich auf den Button erstellen klicke, dann sehe ich nochmal den Hinweis, dass das Erstellen von eigenen GPTs nur in der kostenpflichtigen Version möglich ist. Dennoch ist das für mich eine super Geschichte, wenn die GPTs auch in der kostenlosen Variante von ChatGPT jetzt zur Verfügung stehen. Dann kann ich nämlich meinen Kunden meine GPTs, die ich programmiert habe, zum Thema Excel, Word, Outlook, PowerPoint und so weiter zur Verfügung stellen. Das war bisher nur den Kunden vorbehalten, die eben einen kostenpflichtigen ChatGPT-Account hatten. Finde ich klasse. Mit diesem Symbol lässt sich die Historie ein- und ausklappen und ich lege jetzt einfach mal eine neue Unterhaltung an. In der neuen Unterhaltung schaue ich mir einfach mal an auf diesem Symbol, wie jetzt im Moment die Tarife dargestellt werden. Ich sehe hier in der Gratis-Version, dass es 0 Dollar kostet, dass das zur Unterstützung beim Schreiben und Problemlösen da ist, dass der Zugriff auf 3.5, GPT 3.5 gegeben ist und man eingeschränkten Zugriff auf GPT 4.0 hat und auch eingeschränkten Zugriff auf die Datenanalyse, auf Datei-Uploads, auf die Bilderkennung, die Online-Suche und individuelle GPTs. In der Plus-Version habe ich das alles mit enthalten. Das ist auch die Version, die ich nutze, weil ich alleine mit ChatGPT arbeite. Wenn man im Team gemeinsam auf die gleichen Unterhaltungen zugreifen möchte, dann lohnt es sich, auf ein Team-Upgrade zu gehen. Das war bisher soweit auch schon möglich. Aber ich bin verblüfft, welche Informationen hier in dem Tarif gratis schon stehen. Schauen wir uns das auch an, was davon bei mir jetzt schon zur Verfügung steht. Mit dem neuen Update und dem Sprachmodell GPT 4.0 soll es in der kostenlosen Variante auch möglich sein, aufs Internet zuzugreifen. Und das probieren wir jetzt mal auf. Ich gebe mal eine Frage ein, die zwingend aktuelle Daten aus dem Internet braucht, nämlich, wie wird das Wetter morgen in Saarlouis? Jetzt dauert es einen kleinen Moment. Und das Ergebnis ist, es wurden vier Seiten gefunden oder gesucht. Ich kriege wirklich eine aktuelle Information zum Wetter von morgen mit den Verlinkungen, wo diese Informationen gesucht oder gefunden wurden. Bisher war es ja immer so, dass wenn ich auf eine aktuelle Information aus dem Internet eine Frage gestellt hatte, hat mir ChatGPT mitgeteilt, dass die Version 3.5 nicht aufs Internet zugreifen kann. Das funktioniert also jetzt echt in dieser kostenlosen Variante von ChatGPT auch. Ein riesen Fortschritt. Schauen wir noch weiter. Ich lege einen neuen Chat an und möchte jetzt einfach mal einen Screenshot hochladen. Dazu wähle ich einen Screenshot aus. In diesem Screenshot sieht man, sind Daten abfotografiert, die in tabellarischer Form vorliegen. Ich habe den nicht mehr in Excel und möchte gerne, dass mir ChatGPT das jetzt aus diesem Screenshot für mich rausselektiert. Ich lade also den Screenshot hoch. In der kostenpflichtigen Variante ist das kein Problem. Sollte dann also auch jetzt in der kostenlosen Variante möglich sein. Ich gebe den Prompt ein, was ich erwarte von dem Screenshot. Dass ich nämlich aus den Daten des Screenshots eine Excel-Tabelle erstellen möchte. Jetzt bin ich gespannt, ob das in der kostenlosen Version möglich ist. Schicke ich ab. Und man sieht auch hier, dass es etwas dauert. Die Analyse eines Screenshots dauert auch in der Plus-Version etwas länger. Das heißt, wenn ich einen Screenshot hochladen und analysieren kann, kann ich auch ein Bild hochladen und mit der kostenlosen Version von ChatGPT über dieses Bild sprechen, in Anführungszeichen. Okay, aha. Jetzt sieht man den Unterschied zur kostenpflichtigen Variante. ChatGPT schreibt mir nämlich jetzt, dass ich die Höchstgrenze bei der Datenanalyse erreicht habe und entweder ein Upgrade ausführen soll oder bis morgen warten muss. Ich sehe aber auch gleichzeitig im Hintergrund, was analysiert wurde. Und da sieht man schon, dass das funktioniert hat. Das sind meine Daten aus dem Screenshot, den ChatGPT hier analysiert hat. Also entweder warte ich jetzt bis morgen oder ich würde ein Upgrade durchführen. Wenn ich das aber nur ganz gelegentlich mache, ist das für mich, denke ich, in der kostenlosen Variante absolut okay. Ich habe ja jetzt diese Analyse-Funktionalität während dieser ganzen Test schon mehrfach genutzt, sodass das jetzt im Moment nicht mehr möglich ist. Wenn ich aber weiß, dass ich einen Screenshot analysieren muss und dann sollte man vielleicht im Vorfeld keine anderen Datenanalysen mehr machen und dann sollte das funktionieren. Ich werde es morgen ausprobieren. Außerdem mache ich mich schlau, was diese Limitierungen bezüglich der Anfrage und der Datenanalyse in der kostenlosen ChatGPT-Version betrifft. Die Infos dazu schreibe ich Ihnen unter das Video. Mich würde jetzt interessieren, ob Sie in Ihrem kostenlosen ChatGPT-Account diese neuen Funktionalitäten ebenfalls schon zur Verfügung haben. Also die Möglichkeit, Dateien hochzuladen, aufs Internet zuzugreifen, die GPTs zu erkunden, was bisher nur in der kostenpflichtigen Variante möglich war. Finde ich schon sehr erstaunlich und mit diesem Upgrade, das OpenAI jetzt den Gratis-Usern zur Verfügung gestellt hat, katapultiert sich OpenAI in der Liga der KI-Tools sicherlich wieder ganz weit nach oben. Denn diese Möglichkeiten, aufs Internet zuzugreifen, Bilder hochzuladen, zu analysieren, Dateien hochzuladen, zu analysieren, die gab es auch schon bisher in der kostenfreien Variante von Microsofts Co-Pilot und auch Googles Gemini. Jetzt also mit dem Update von OpenAI auch in der kostenlosen ChatGPT-Version. Ich bin gespannt, was Sie mir schreiben und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.